Achtung, hast du ein schönes Leben? Ja, aber es könnte schön sein, dann lass es. Ja, aber King of Friends ist ja auch großartig. Das muss man jetzt wieder auch noch mal sagen. War es King of Friends? Ja, King of Friends. Ich mochte die Serie. Was heißt, mochte? Jetzt nicht mehr? Verräter. Doch, natürlich mag ich die jetzt auch noch. Das läuft ja nicht mehr so oft. Ich würde mal was einwerfen. Was einwerfen. Was mir gerade wirklich einfällt. Ich finde es schade, dass es immer noch nicht gefixt wurde, dass die Mähdrescher bzw. anderen Fahrzeuge beim Anfahren wirklich dieses langsamere Anfahren machen. Ich finde die fahren so ruckartig an. Ja. Nicht per cent schade. Aber okay, kann ich weiter unterhalten. Ne ne, du darfst ja auch mitreden bei uns. Ich kann da nicht mitreden. Kenn ich nicht. Serien. Guckst keine Serien? Mehr oder weniger YouTube. Und was ich gucke, seht ihr wahrscheinlich nicht. Weißt du doch nicht? Ich habe mehr so Serien wie Grimm bzw. Navy CRS LL oder so. Das ist eigentlich das einzige was ich gucke, wenn ich Fernsehen schaue. Ich kann mich mit Navy CRS LL überhaupt nicht anfreunden. Ja. Oh, ihr seid doch keine Serienverwandten. Oh, das andere Navy CRS ist das bessere. Ja. Ich dachte, hier bin ich aber jetzt Serienverwandte jetzt. Ey, im Moment das Navy CRS passt, ja. Richtig. Achso, ja stimmt. Er ist noch wiktungsfähig, er kann auch mitkriegen, dass das viel besser ist als das LL-Ding. Ander, der ist Miami. Was? Nee, wie CIS. Oder CIS. Mit dem Horatio oder wie es hieß. Das fand ich immer geil. Das habe ich nie gesehen. Dexter ist gut. Hat er was? Also Dexter ist gut, Lost ist gut. Lost kenn ich auch. Aber wobei wir hatten doch gestern die lustigen Songtitel, ne? Die Songs die man hört und dann mit der Endung... In the ass. In my ass. In my ass, ja. Vor allem bestimmt auch. Wir können das ja fortsetzen. Was gibt's denn noch? Wie ist jetzt noch eingefallen? Es gibt noch von Pitbull hier, Fireball. Fireball in my ass. So ein fatter Feuerball, Junge. Ja. So. Okay, du hattest doch ne Kindheit, du kennst das. Ich hatte keine Kindheit. Das ist so ein fatter Feuerball, Junge. Das siehst du ja sogar erkennt. Ja, aber ihr seid ja auch nur vier Jahre auseinander. Zwischen Polly... Ja, aber du kennst das auch. Du kennst auch New Kids. Also... Oder nicht? Ich kenn New Kids on the Block, ja. Ja, siehste. Das ist aber ne Band, New Kids on the Block. Ja, aber... Kennst du nicht den Film New Kids? Die Filme? Nein. Was ist das... Gut, du hast nichts verpasst, aber was ist schiefgelaufen? Haha. Ja, vielleicht weil ich 27 bin. Das könnte sein. Ja, wie mir. Mit deinem Humor findest du es auch lustig. Ja? Ja. Okay. Es ist das Dämlichste, was ich je gesehen habe, aber... Nein. Es ist verdammt lustig. Nein. Das Dämlichste, was ich jemals gesehen habe, also was auch wirklich dämlich lustig war, äh... war hier... Lode... äh... Lode Weppen. Lode Weppen 1. Das ist die Verarschung von Lethal Weppen mit... mit dem Cousin von Shaijin. Darf ich dir was sagen? Ja. Nimm beides nicht. Okay. Siehste? Ja, gut. Wie gesagt, ich hab vorhin gesagt, als ich noch... als ich ein Kind war, gab es noch 150 Pokémon. Ne? Ich hab auch nie vorhin angeguckt. 151. 151. Ja, ne... Ja... Ja, mit Mew, ne? Naja. Stimmt. Aber Mew kam ja als 151. Pokémon dazu. Ganz am Anfang gab es noch 150 Pokémon. Das ist ja Flo, da wird immer auch. Wenn ich Pokémon geguckt habe, waren es plötzlich 7365. Ja... Ich weiß gar nicht, wie viele... Und das waren die ersten, die in der ersten Stadt getroffen hast. Ja... Ich weiß gar nicht, wie viel es aktuell gibt. Ach, du bist schon wieder voll. 700 euch und was bestimmt mittlerweile. Echt? Und du lässt die Hälfte liegen? Ja, ich weiß. Ja... Ach, ich war weiß. Ich war weiß. Komm gleich, warte. Ich fahr nur kurz die Bahn zu Ende. Wie bist du denn noch hochgekommen? Bin gefallen. Wie war es noch? Wenn Dummheit Rad fahren könnte... Ne... Doch, wenn Dummheit Rad fahren könnte... Wenn Dummheit Fahrrad fahren könnte, würdest du bergauf bremsen. Richtig, ja. Ja... So... Aber bei Flo passt ja schon eher der Spruch, wenn Dummheit quietschen würde. Ja... Ja... Das fängt ja schon am Gamepad an. Da weißt du ja, wie er in Wirklichkeit ist. Ja, so schlimm... Das ansteckend. So schlimm bin ich gar nicht. War es ansteckend? Ja, das hat sich schon auf dein Gamepad übertragen, das Quietschen. Vielleicht hat es aber auch das Gamepad auf mich übertragen. Nein, andersrum glaub ich sehr. Ja... Ja... Okay... Wieso spielt Shadow... Ich erinnere nur... Netto... Einkaufen, ja? Ja... Wir waren noch nicht bei Netto, sondern wir waren bei Lidl, ne? Macht keinen Unterschied an der Story. Wieso, weil du die Hälfte vergessen hast? Haha, jetzt dreht das wieder so wie ich erst denke. Mr. Ich hab erst mal vergessen, was wir kaufen sollten. Ich war an der Kasse, hab schon wieder vergessen, was wir noch kaufen sollten. Mr. Ich hab bezahlt und den Pfandpunkt absolut gegeben. Ja, ich war halt so verwirrt, weil du da warst. Alter kommt. Ja. Oder Alzheimer lässt grüßen. Der Held seiner Jugend trifft, ja. Den Held meiner Jugend... Ich kannte dich gar nicht als ich jung war. Das weißt du ja nur noch nicht. Stimmt. Mist. Schon wieder ertrappt. Und dann, so richtig selbstverständlich, bist du das erste Mal in Almson, sollst zum Lidl fahren. Wird einfach nicht gesagt, wo du abbiegen musst. Ach, fahr einfach mal. Ich hätte doch gesagt, wo wir abbiegen müssen. Ja, nachdem ich gesagt hab, könntest du dann freundlicherweise immer den Weg endlich mal sagen. Ja, wir sind schon drei Kilometer vorbei gefahren. Ja, das war mal kurz davor, wenn ich nicht den Weg genannt hätte. Ja, ich hab schon gesagt, ich hab schon das Schild in der Ferne gesehen, sie verlassen Frankreich. Willkommen in Spanien. Lustig wäre es gewesen, wenn du jetzt gesagt hätt, wenn du jetzt ein Land genannt hättest, was nicht direkt an Frankreich grenzt. Haha, ich hab ein bisschen Geografie-Kindnisse, stell dir das mal vor. Ein bisschen, ja. Natürlich. Reicht dir auch. Mehr brauchst du ja eigentlich. So geht. Pommes oder Ende. Was Pommes? Vor allem hab ich das Wichtigste schon seit meiner Kindheit gewusst Flo. Na? Red in Pfanne, heiß heiß. Ja. Das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Ja. Aber das Strom aus der Wand, in ein Loch aus der Wand kommt und Aua schmeckt, weißt du, oder? Ja. Schmeckt das Aua? Hörst du doch mal. Besser nicht. Vielleicht war es noch falsch gewürzt. Das kann auch so. Ich will nochmal Salz streuen dazu. Salz leitet ja auch, ne? Ohne in die Pfanne zu greifen. Also ich weiß nicht, wo du dein Salz aufbewahrst, ne? Aber ich bewahr es in der Regel nicht in der Pfanne auch. Ey, Finger. Achso. Ja, aber ich muss ja, wenn ich Salz holen will. Oh, wobei, wenn ich Salz da rein streue in die Wunde, das tut bestimmt richtig weh, ey. Mal ausprobieren. Ja, genau. Ja, nichts wird, wird, wird. Ja. Und wenn das nichts wird? Was das Speine hat. Ja, richtig. So. Ach du Scheiße. Wer hatte eigentlich gestern über, über dieses, äh, Marinha 59 gesprochen. Eines dieser ersten MMORPGs. Wer war das nochmal? Waren. Oder Waldmeister. Ah ja, stimmt. Ja, warum? Saraz hat doch jetzt ein Video dazu gemacht. Habe ich gestern geguckt. Hey. Hat er doch gesagt, dass er das Video gerade bei Sarazack. Ja, ja, genau. Ich hab's nochmal angeguckt gestern, zufällig. Oh, ich vergesse schon wieder die Hälfte hier. Ja. Aber ich glaube, der Grubber, den, ach, der Grubber, den wir haben, der hat auch einen, der, der, sag mal, weißt du was, Shadow, der Grubber, den, 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 die Saatmaschinen, die wir haben, die hat auch einen Grubber drin oder nicht? Ah. Gut. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja. Ja, ist so. Ja. Hm, was? Ich hab doch was gesagt. Was hast du denn gesagt? Nein. Doch, klar. Das ist funktioniert. Also, dass ein Grubber drin ist. Okay, ja, aber es war dann wahrscheinlich gerade ein Mikrofon. Die Empfindlichkeit nicht hoch genug eingestellt. Vermute ich einfach das. Wir haben nichts gehört hier. Nein. Wir wollten nichts. Richtig. Oh, bist ja gleich schon wieder voll hier. Das sehe ich gerade. Nichts vertragen sind. Wir haben die Bauern mehr vertragen, wenn sie... Und jetzt sind sie ständig nicht voll. Ja. Unfassbar, ne? Muss ich hier nochmal drehen, hier. Wenn du voll genug bist, musst du dich nicht mehr drehen. Na, tu das die Welt für dich. Ja, richtig. Witzes. Damit kennt ihr euch aus, wisst ihr? Keine Haare am Sack. Irgendwählerei. Ne, keine Haare am Sack, aber schon wissen wie Alkohol funktioniert. Wer hat ja keine Haare am Sack? Hallo, hast du uns nicht zugehört? Denk dran, das 1000-Euro-Abo-Special ist bald fälliger. Ja, ja. Ich weiß. Solltest du vielleicht mit deiner Freundin endlich mal einkaufen gehen schonmal. Bikini oder? Natürlich. Ja, mach ich nochmal. Und denk immer dran, immer schön die Bikini-Zonen wachsen. Ja. Musst du ja vor dem Sommer vorbereitet sein. Stimmt. Ja, wir kriegen ja gar keinen Sommer dieses Jahr. Der fällt aus. Fällt aus. Fällt aus wegen Ausverkauf. So, warte mal, wie war das jetzt hier nochmal mit denen? Geht ihr die ganze Zeit irgendjemand Musik an? Nein. Nein. Wer dann ist bei Gary's Mod? So, ich hole jetzt eben kurz nochmal der Farb nochmal leer hier. Was spielst du denn eigentlich noch, Volley? Ich? Volleyball. Volleyball, richtig. Nein, äh, momentan eigentlich gar nichts weiter. Achso, keine Zeit. Ich hab jetzt die letzten... Monate eigentlich aufgehört, wirklich zu zocken. Okay. Weil ich arbeite und so. Kein Bock mehr. Ja. Mein Beileid. Boah, ich find das nicht mal so schlimm. Ja. Irgendwann kommt das... Ich hatte auch mal so 2-3 Jahre, wo ich keinen Bock hatte zu spielen. Bei der Jahre gleich. Oh Gott, ich werd sterben. Ja. Dann hab ich die Lust wieder gepackt. Sehr gut. Ich fall den Impuls mal weg. Der ist jetzt bei 92%. Okay. Nee, mancher gibt ja so Zeiten, wo man einfach irgendwie... Oder wo man... Sagen wir wenig. Ich hab nie komplett aufgehört zu spielen, aber ich hab wenig gespielt dann. Ja, ich spiel auch noch. Wird ja lügen, wenn ich... Oder? Ja. Ich zock nicht mehr. Musst du noch kurz das Feld hier ernten. Okay, aber ich zock nicht mehr. Nee, 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 nee. Aber jetzt kennspielen. Ja. So, dann kipp mir den Hänger einfach mal aus hier. Und YouTube-Videos guckst du. Stimmt. Da war ja was. Und Lea, endlich. Und so weiter geht es wirklich dann Bausimulator irgendwann das Spiel ich am meisten gespielt hab auf Steam. Echt? Ich hab mich selber umgebracht. Bin schon bei über 50 Stunden, Flo. Krass. Ja, was für ein Spiel. Bausimulator. Ist aber auch sehr unterhaltsam das Spiel, finde ich. Aber halt im Multiplayer über die noch ein bisschen verpackt. Finde ich zumindest. Ich muss noch nur daran erinnern, dass du mir den Mediamarkt-Mod geben wolltest. Ach. Ja. Mediamarkt-Mod? Du kannst einen Mediamarkt bauen. Du konntest auch das Spiel vorbestellen. Und dann, wenn du es bei Steam vorbestellt hast, hast du, dann konntest du ein Bürogebäude im Steam-Logo-Look bauen. Und... Wolltest du Grobanfahrt, Pauli? Nee, nee. Echt? Jetzt ist dein richtig produktiv, Flo. Hm? Das war's, alter Dick. Achso. Stehe noch einen Helfer ein. Ach, kann ich ja machen. Dann hole ich meinen Helfer rein hier. Lauf, Tasselauf. Kann er jetzt drei Missionen gleichzeitig annehmen? Deswegen... Ja, kannst gleich mal üben. Dann musst du einfach was aufbauen, ne? Was meinst du hier denn? Ich mach jetzt so zwei, drei Missionen parallel immer. Okay. Ja, kann ich keine Helfer einstellen? Wieso kann ich dir jetzt hier keine Helfer einstellen? Wieso kann ich dir jetzt hier keine Helfer einstellen?